Hallo! Ich heiße Frau Colette. Hallo! My name is Frau Colette. Und heute lernen wir über Pinguine. Today we're going to learn about penguins. Magst du Pinguine? Do you like penguins? Ich mag Pinguine. I like penguins. Bist du bereit? Are you ready? Okay, und los! Das Ei Rüten Schlüpfen Das Küken Die Mutter Der Vater Füttern Der Pinguin Der Pinguin Pinguine Der Pinguin Welche Farbe hat der Pinguin? Der Pinguin ist schwarz-weiß. Pinguine können gut tauchen. Der Pinguin Der Pinguin Der Pinguin Der Pinguin ist ausgewachsen. Die Mama und ihre Küken. Der Pinguin Der Pinguin Der Pinguin ist schwarz-weiß-weiß Ja, schwarz und weiß. Black and white. Super. Okay, bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.